Der Eiswagen stand am Außenrand des Parks. Als Oskar und ich darauf zugingen, guckte uns die Verkäuferin aus schlitzigen Augen entgegen. Man hätte annehmen können, sie bräuchte eine Brille, aber ich sah sofort, dass sie bloß miese Laune hatte. Vielleicht war sie stinkig, weil draußen die Sonne schien und sie in ihrem Eiswagen frieren musste. Sie war etwa genauso alt wie Mama, aber nur halb so blond und höchstens viertel so hübsch. »Guten Tag«, sagte ich, »zwei Eis bitte.« »Waffel oder Becher«, ihre Stimme klang so genervt, wie ich mich fühle, wenn ich mit Frau Darling den Musikantenstadel gucken muss. »Waffel«, »wie viele Kugeln?« »Viele«, sie verdrehte die Augen, nahm eine von den ganz großen Waffeln, fischte das Eiskugel-Rauskratzding aus einem kleinen Behälter mit Wasser und ließ es auffordernd klappern. »Ich hätte gerne eine Kugel Schoko und dann noch eine Schoko.« Sie klatschte wortlos zwei Kugeln in die Waffel und sah mich abwartend an. »Bitte noch eine.« »Klatsch.« »Und noch eine.« Jetzt war nicht nur ihr Blick verkniffen, sondern auch ihr Mund. »Sag doch gleich, dass du viermal Schoko willst.« »Ich will fünfmal Schoko.« »Vielleicht ziehst du erst mal die fünf Schrauben in deinem Kopf an, Kleiner.« »Also echt.« Ich presste die Lippen aufeinander. »So was versaut mir voll den Appetit. Wenn man so schnell bis fünf zählen könnte, wie man hintereinander Lust auf Schoko hat, ohne es vorher zu wissen, würde man das ja wohl tun.« Die fünfte Schokokugel klatschte in die Waffel. »War's das?« »Danke.« »Danke ja oder danke nein?« Ich streckte einfach die Hand aus und nahm die Waffel an. So eine unfreundliche Zicke. Jetzt stellte sie sich auf die Zehenspitzen, beugte sich über den Tresen und guckte zu Oskar runter. »Und? Können wir schon bis fünf zählen?« »Wir können sogar bis sieben,« sagte Oskar liebenswürdig. »Bitte im Becher. Erdbeere, Pistazie, Teramisu, Vanille, Karamell, Zitrone, Erdbeere.«